hallo und herzlich willkommen leute hier ist der modellbauking heute eine runde vrc pro cup lauf 1 wir fahren den deutschland cup vc pro also erste strecke ist rhein-main auch unter bekannt unter bischofsheim ja ja dann muss ich ja tanken die zehn minuten der pech ja kann man nichts machen also bereit 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 start von 1 20 seconds till the start of your race get ready 10 seconds till the start of your party your car will be placed on the starting point 1 2 3 ich bin einfach mal alle abgeschossen 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 6 7 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 15 15 14 20 15 15 20 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Mach immer wieder auf, aber wer kommt irgendwie nicht vorbei? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.